Hallo, mein Name ist Markus und ich möchte euch im heutigen Video den Kathetensatz und den Höhensatz erklären. Beide Sätze sind von dem Satz des Pythagoras abgeleitet. Zunächst gebe ich euch eine kurze Übersicht über den Ablauf des Videos. Zuerst werden wir den Satz des Pythagoras wiederholen, weil dieser für das weitere Verständnis nötig ist. Dann beginnen wir mit dem Kathetensatz und einem anschließenden Beispiel. Am Ende besprechen wir noch den Höhensatz mit einem kombinierten Beispiel aus beiden Sätzen. Der Satz des Pythagoras Der Satz des Pythagoras gilt für rechtwinkelige Dreiecke wie zum Beispiel dieses hier. Der rechte Winkel befindet sich zwischen den Katheten A und B bzw. gegenüber der Hypotenuse. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Der Satz am besten! Don't come!